Was ist denn jetzt? So hin! Na wunderbar! Jetzt kann man auch sehen wie seine Mutter stirbt oder was? Also dann kann ich glaube ich den zu beschweren. Was soll ich denn jetzt machen hier? Verdammt, ich doch mal eins. Kann denn der klettern oder irgendwas? Kann ich ja nicht schlappen. Der andere ist Feuerweiler. Oh man! Der andere ist kleine Schwerf da! Hm, ich bin ja nicht. Der andere ist. Er ist ein Me鼻. Die Leute kommen. Ja, ich bin! Die Leute kommen. Oh, oh nein! Geh! Komm! Geh! Geh! Naja, da wird wohl drauf hinauslaufen, dass sie sich nicht mehr herabachten. Ja, statt dass der Affe dann noch rüßt, ey! Naja, da wird sich ein grausam verbrannt. Und wir haben... Einen... ...wütenden kleinen Burschen. Ja, später. Doch, kein wütender kleiner Bursche, sondern ein wütender großer Bursche. Okay, starte die Mission. Okay, die sind jetzt noch ein bisschen schlecht. So wie die Gutschen sich bewegen... So redig. Uh, ja stimmt, das sollte ja an diesem Teil... Oh, du gönnest, Gott's not their honor. Ja. Und jetzt? Ach, das ist gut. Wie ist der Honor? Das ist doch mal eine feine Aussicht. Warum muss immer, wenn die reden, im Hintergrund diese Musik laufen? Oh, ja. 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 Bin ich immer gespannt, ob ich seinem Vater auch entgegen werde. Ha! Na nun, sei mal nicht so ein... Was? Soll ich das schaffen? Soll ich das machen? Na gut. Schlingelst du den Rumpen? Ach, Depp. Was läuft da jetzt, oder was? Soll ich mich so dämlich machen? Reiner Schlaffi. Ich nenn dich einfach mal jetzt Patrick. Obwohl du einen bestimmten Namen hast, den man nicht aussprechen kann. Oh, feine Sache ist das schon mit den Bäumchen. Soll ich ruhig, Patrick, und komm mit. Sei ruhig, Patrick, und komm mit. Ach, und wir haben einen Bogen ohne Pfeile. Das ist doch richtig spitze. So. Hupf. Ah, okay. Oh Mann, das mit den Bäumen ist aber schon eine heikle Sache. Hupf. Oh, Federn gab's doch schon mal in irgendeinem Teil zusammen. Die haben auch so geklingelt. Äh. War das nicht so Gone Assassin's Creed 2? Äh. Ja, ich hab ihn ja einmal runterstutzen. So. Ja, erst mal durchs Nest trampeln, Mensch. Ey, sorry, sorry. What happened was du? Wie 들어온 dich. Was trrafst du veränderst? Was tr¡ ? Ja ich mir, aufhör 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 aufhörte. Was is das gl Yuk. Was ist der? Mit dir? Ah würde ich Jurgen? Ihr hört csak an die K weiterhin so tun affects ihr zu mir. So wie인지 Mitglied die neue Koche memes eure Leute sterben. damit schichere Poche사 따라fühle gerne aufhörte man sich Daten bis dahin Mit einemibo. Der fr célekt. Federn finden, das klingt aber auch extrem spannend. Okay, auf welche Bäume kommt der hier hoch? Was ist das vor allem? Ja, jetzt bringt wieder diese alberne Musik her. Was müsst ihr denn jetzt machen? Und Anne. Oh, das ist aber weit weg. Hier ist noch eine Feder. Kommt der da auch so weit überhaupt? Also, ich möchte das schon richtig machen. Also dann, äh... Aber hier komme ich irgendwie nicht weiter, oder? Wie bei den Häusern, so sicher ist es ein bisschen nicht so aus. Oh, das ist ein ziemlicher Mist hier. Oh. Okay, das geht. Ach, da hoch muss ich. Na, okay. Das hat bestimmt auch Spaß gemacht, das zu programmieren. Äh, ja, genau so. Äh, ja, genau so. Äh, ja, genau so. Oh, hier kommt, äh, eine Wand. Oh, die bräuchte ich. Da ist kein V-Baum und Schild. Dammit, bin ich jetzt dran vorbei, gellä, laufen. Das hier schon, diese Kletter-Möglichkeiten. Blüts! Oh, oi, 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 oi. Was ist das denn? Soll ich den hier hoch auf diesen dämlichen Berg machen? Aber irgendwie muss ich doch hier auf dieses Hügelchen kommen. Na, okay, komme ich eben nicht da hoch. Dann versuche ich eben mal hier dieses, äh, diese Feder noch zu bekommen. Das dauert es ja ewig. Wir haben ja genug Zeit. Was? Wie soll ich denn bitte drei Feder sammeln? Bin ich hier gar nicht... Was ist das denn für ein Blödsinn? Ach, komm schon, Spiel. Geh nach Hause, du wirst betrugen. Hahaha, lol. Das ist doch Quatsch. Und macht mal bitte einer die verdammte Mucke aus, ey. Um Himmelssinn, da wird man ja dämlich von... Conor. Ja, den spielt man doch eigentlich. Okay, also ich soll anscheinend hier nichts... Oh, gut, da gehe ich jetzt. Ach, Gott. Ich würde Patrick hat mehr gesammelt als wir. Na, ja, bitte. Dann lektioniere mal. Das artet ja direkt in der Arbeit aus. Der Treffer sauber. Ja, das ist dein Geschenk. Wir müssen die Güte der Natur mit unserer eigenen Erwietern. Erwiehern? Haha. Äh, ja. Und was machen wir da jetzt nun? Ja, das ist dein Geschenk. 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 Ja, das ist dein Geschenk.